Ich habe noch nie einen Franken verdient. Und ich kann Ihnen sagen, der Verwaltungsrat nie einen Franken verdient. Wir machen das, weil wir wollen etwas Gutes machen. Für immer. Und ich frage mich heute mal, wenn ich in der Luft der Kreise bin, sagen sie mir, du Klaus, warum willst du dir das antun? Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Aber ich möchte, dass wir das Ziel jetzt, Futuro umsetzen, erreichen können. Und ich bitte Sie sehr, sehr herzlich, dass Sie Ihren Beitrag dazu leisten. Und ich danke sehr herzlich an der IG Gemeinsam Futuro. Das ist für mich ein sehr schönes Zeichen, dass hier viele von der EU die Botschaft verstanden haben. Ich hoffe, dass Sie nicht alle solche Zeit vergessen und auch entsprechend halten können. Danke Ihnen.